Das wird man jetzt umschließen, verbinden und nur mit Widerbeklebungen... So, was war denn jetzt mit mir? Was war so lustig an mir? Hallo, was war so lustig? Ich hab nichts, mir ist nichts aufgefallen, von daher kann ich dir das nicht sagen. Leichtes Schmilz. Bist du meinst nicht? Ich kann ja mal mit dem Kopf wackeln. Sag denn, der soll nächstes Mal treffen. Danke. Saganabat, hier bin Majinistan. Hier Saganabat, was los? Wo bleibt dieser Konvoi da? Wo hast du gekauft die Pläne für die Route? Konvoi kommt, Konvoi kommt, keine Sorge. Ich bin hier. Ich bin hier. Jaaaaaaaaaaah Oh, Klingel, Mama. Oh, Klingel, Mama. Das war ein Problem. Der Deckungsfeuer? Ähm, ne nur auf Markantenfeind. Verstanden. Ja, Kantenfeind. Hahaha, Scheiss. Mehr Erlin, Mehr Erlin. Was ist los? Mehr Auf und Tee. Tee und Kissen. Was? Wir haben Tee. Tee haben wir. Äh, hebe mir einen auf. Du nicht gut anhören. Was hast du gemacht, Junge? Äh, Husten. 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 Husten.